In der letzten Folge von Portal Knights. Bunnyhop, Bunnyhop, Bunny, Bunny, Bunnyhop, komm her. Ja, wo ist der? Da ist der, ich sehe dich auf jeden Fall. Der oben drauf. Mein Bunnyhop. Ich hab gesagt, ich sag dir Bescheid, wenn hier noch mehr sind. Dann komm, lass zurück. Du hast keinen Bunnyhop mehr. Weil du mir den weggeschossen hast, du Penner. Ja, ist noch einer. Fliegeli, 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 flieg. Flieg, flieg. Flieg, flieg, flieg. Ah, oh, oh, oh. Wir sind so schlau, ne? Was? Ist das Ding denn da auch? Wenn ja, wir hätten gar nicht so weit weg brauchen. Warum? Weil da hinten Dungeon-Eingang ist. Ich kann das umbenennen. Was? Das Ding heißt jetzt Centus. Spinner. Auf, auf. Jupp, auf, auf. Kommt Centus. Kommt Centus und Centus, wir gehen zurück ins Portal. Fick dich. Flash, wo sind wir? Wo bist du? Die beide. Da bist du. Wow. Wo sind wir? Was ist das? Jankas Hügel, Landeplatz. Teufel und Portalritter benutzen Portale, um an ferne Orte zu reisen. Gefallene Portalritter werden am Landeplatz wiederbelebt. Hä? Was ist das? Und wer sind die Portalritter? Fritterlinger, schau. Uh. Das sieht so aus, ob das Portal kaputt ist. Kann das sein, dass wir deswegen hier gelandet sind? Ja, vielleicht ist unser... Portal, nur Portalritter wissen, was jenseits davon liegt. Bereite dich gut vor, bevor du gehst. Was? Wie? Wie soll ich mich vorbereiten? Was jetzt wird passiert? Ich bin bereit. Der Weg nach vorne ist unfrei. Doch auch das Dunkel eilt herbei. Das Dunkle? Wir haben doch gar nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung. Wow. Wow. Ähm. Irgendwie... Sind wir nicht zu Hause. Nee. Ich habe Angst. Ich auch. Was? Du greifst das an. Was machst du da? Oh, wow, wow. Hilfe. Vorsicht, Vorsicht. Nimm dich in Acht. Er ist tot. Das hat auch so ein Portalfragment fallen gelassen. Kommen wir jetzt nur zurück. Was passiert hier? Es scheint so, dass wir nicht mehr zurückkommen. Was machen wir nun? Ich weiß das nicht. Was sollen wir tun? Wir können uns nur hoffen, dass das nächste Portal uns nach Hause bringt. Hey Rakan, alles fit? Garisto. Guten Morgen. Ich war hier noch ganz verplext vom letzten Mal. Wie geht es dir eigentlich? Mir? Immer noch recht komisch. Dass wir ganz woanders gelandet sind und immer noch nicht zurückkommen. Ich glaube mal, da wo ich letztes Mal war, da habe ich ein Buch gefunden. Und da stand irgendwas ganz sehr komisches drin. Ich glaube, wir müssen durch alle Portale gehen. Durch die ganze Welt. Okay. Wir sind die Portale. Da irgendwie stand da was. Dieses Haus. Hier wo wir sind. Hier hat damals jemand vor Jahren gewohnt. Und der hat das gleiche erlebt wie wir. Das ist aber ein komischer Zufall dann, ne? Das ist uns genauso passiert. Ich weiß nicht, warum wir. Wieso wir? Vielleicht haben wir in der anderen Welt viel zu viel Scheiße gebaut. Dass das Schicksal meinte, nee. Jetzt trete ich euch mal so richtig in den Arsch und schicke euch woanders hin. Und jetzt müssen wir da durch. Zusammen. Jetzt ist natürlich fraglich gemeinsam, was machen wir heute? Wir haben ja die letzten Tage uns, auch hier haben wir unsere Klamotten, uns ein bisschen Sachen erforscht. Und wir haben uns ein bisschen vorbereitet. So langsam sollten wir mal schauen, dass wir die Tage weiterkommen. Ja. Und hier nicht ewig bleiben. Nee, dann müssen wir halt auch in die nächste Welt wieder rein. Um zu schauen. Da haben wir ja das andere Portal gesehen gehabt. Ich kann sogar genug Steine herstellen, dass wir da auch schon durch können. Moment, ich fühle mal in meiner Tasche einmal rum, warte. Ich gucke halt auch gerade schon in meine Tasche. Ich habe 17 dieser Portalsteine zusammenbekommen. Ich habe 13 Fragmente davon. 17 Steine. Das heißt, wir werden auf jeden Fall sicher weiterkommen. Das auf jeden Fall. Lass uns mal schauen in unseren Werkbänken. Ich habe da, ich erinnere mich noch an, ganz, ganz trüb an Sachen. Erz, ich sah irgendwas Glitzernes von der Ferne. Ich auch. Ich habe irgendwie auch noch Rubine gesehen. Genau. Ich habe noch was gesehen. Es könnte vermutlich Kupfer, Eisen, sowas sein. Und ich sehe auch, dass unsere nächste Werkbank Kupfer braucht. Vielleicht haben wir Glück dann. Aber das Problem ist, es gab es auch Gegner. Irgendein komischer Troll oder was das da war. Das könnte vielleicht problematisch werden. Ich sehe gerade in meinen Rezepten, wir brauchen Kupfererz, dass wir die Werkbank aufrüsten können auf zwei. Genau, genau. Und wir brauchen auch für uns persönlich, damit du uns Waffen schmieden kannst, ein bisschen mehr trainieren kannst an meiner Zielschreibe, an meiner Station. Da kann ich wirklich dann weiter trainieren. Dafür brauchen wir auch viel Kupfer. Wir können uns auf jeden Fall einen Schmelzofen schon herstellen. Den habe ich schon, den habe ich schon, den habe ich schon. Okay. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Da saß ich die letzte Nacht, da warst du am Schlafen, da habe ich die Nacht noch draußen heimlich und leise in der Ecke da ein bisschen was drum gebaut und versucht, dass ich den zusammenkriege. Heimlich und leise? Da musst du ja richtig leise gewesen sein, dass ich nicht wach geworden bin davon. Ne, ich habe da hinten an dem Turm ein bisschen rumgedammelt. Wir haben auch Amboss, den muss ich dann herstellen. Oh, schau mal, unsere Baumwolle ist gerade draußen fertig. Ich gehe schon mal eben raus. Komm mit. Weck mal. Ich habe auf jeden Fall 26 Baumwolle. Ich werde auf jeden Fall was hier mitnehmen, weil ich glaube, wir brauchen bestimmt noch mehr. Aber für was? Rüstung haben wir ja eigentlich schon. Garisto, was ich gerade vergesse und was dir vielleicht auch absolut bestimmt nicht immer aufgefallen ist. Ich habe jemanden bei mir. Ich weiß nicht, warum die Maus mir ständig folgt. Ich habe schon geguckt. Ich habe keinen Käse in der Tasche. Ich bin aus dem Spiel. Okay. Folgt mir noch Schritt und Tritt. Ich habe hier nichts getan. Wir haben doch noch hier diese kleinen Ruinen und so. Warst du da zufällig drin? Ich habe da irgendwas geträumt, aber ob ich da wirklich war, ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie von da. Die ganzen Nächte, die waren alle komisch hier. Irgendwie sind die hier immer komisch. Ist auch wirklich was mit der Welt zu tun. Und ein bisschen wieder anpflanzen. Vielleicht, dass wir noch ein bisschen Baumwolle vielleicht uns schon mal vorbereiten hier. 45 Baumwolle jetzt länger habe ich. Ich setze mal noch Beerenbüsche hier hin. Gerne. Dass wir noch genug zu essen kriegen. Jetzt hier drei Reihen, noch Baumwolle angepflanzt. Ich behalte mal welche, vielleicht für die spätere Zeit. Aber noch Holz, Baumwolle. Hier essen auch noch Gartenpilze. Ich habe hier sogar ein hoher Flammenrubin. Eine Zutat ist das. Das ist schön. Ich habe hier auch noch eine Wasserszenz. Ja. Wo habe ich die denn? Ich glaube, den Wurm, den ich letztens im Siege getötet habe, der hätte das gedroppt. Ja, die sind wieder, oder vielleicht beim Angeln. Oder irgendwie da. Oder so. Ich weiß auch nicht, was du da getrieben hast. Ich habe gar nichts wirklich getrieben. Ich konnte man auch vom Weitenruf. Geristo, erzähl mir, was wollen wir machen? Wollen wir versuchen, in die neue Welt zu kommen? Würde ich so sagen, Rakan. Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen unsere Werkbänke mit, damit wir auf jeden Fall sicher sind. Dass wir auf jeden Fall keine Herstellen brauchen mehr. Damit wir die immer bei uns haben. Ich habe meine schon mal mitgenommen. Ich würde sagen, wir schließen hier gleich die Tür ab. Und wollen hoffen, dass wir hier wiederkommen. Komm, mein kleiner Freund. Komm. Er folgt ja aber auf Schritt und Tritt. Der hat sich sogar gebrotet gerade. Was? Wie hat er das denn gemacht? Das hat vielleicht was mit der Welt zu tun. Wirklich. Hast du ihn vielleicht auch gerettet, dass er dir deswegen auf Schritt und Tritt folgt? Kleiner Mann. Er ist vielleicht nicht der sprachbegabste Freund hier. Aber er folgt unser Schritt und Tritt. Ist ja auch eine Maus. Es ist mir neu, dass die reden können. Hier wäre mir alles neu. Ich weiß nicht, was du immer nimmst, dass die sprechen können. Hier wäre alles neu für mich. So. Ja, das stimmt. Bist du bereit? Ja. Dann lass uns durchs Portal. Portal. Wieder zurück zur staubigen Kreuzung. Hey Ragan, wir sind endlich drüben. Oh, ich hab's auch gemerkt. Es ist Heiderflug, ey. Ich mach sowas ungerne mit. Mir ist so ein bisschen schwindelig. Ein bisschen. Und dann noch das stramme Wetter hier. Viel zu warm wieder hier. Absolut. Da hinten sehe ich so einen Troll. Obwohl hier nicht eins ist. Das ist auch jemand. Hm? Es scheint auch viel noch zu erkunden zu sein. Ich bin hier nicht alleine. Scheint wirklich so. Da sieht aus, ob das so eine Ruine oder so sein soll. Vor uns die. Ja. Ich würde vorschlagen. Hier sind die Rubine, die ich meinte. Ich würde vorschlagen, wenn es auch für dich okay ist, dass wir vielleicht unsere Werkbänke irgendwo sich abstellen. Ich würde gerne irgendwo stehen lassen. Ja, meinst du hier? Ja. Sollen wir sie vielleicht hier vorne so direkt in die Ecke stellen? Ich sah, ich hab hier niemanden. Können wir die nicht auch mitnehmen und dann trotzdem wieder aufbauen? Ja, klar. Bestimmt. Deswegen, ja. Dann brauchen wir die auch nicht hinstellen irgendwo. Was wollen wir machen? Gemeinsam irgendwo hingehen, wollen wir uns missen? Meinst du, dass es gut wäre, dass wir uns aufteilen? Ich will's hoffen. Vielleicht können wir was gemeinsam finden. Egal was ist, wir treffen uns wieder hier. Würde ich sagen. Egal was ist. Ja, aber dann pass auf die Gegner auf. Du auf dich aufgerissen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie nicht gerade friedlich sind hier. Ich hab meine Waffe bereit, aller Zeit. Hast du die Schleifsteine noch, die ich... Die... Hab ich nicht. Magst du nur, soll ich dir nur welche herstellen? Ich kann mir die selbst herstellen. Das ist nicht das Problem. Lang gehen? Was meinst du? So lang gehen? Oder wollen wir nicht zusammen bleiben? Sollen wir zusammen zur Ruine gehen? Würde ich sagen, das wäre auch einfacher gegen die Gegner, oder? Vorsicht. Was? Hast du was gesehen? Ein Sandpanzer? Wow, wow, wow. Ein Gegner. Freundlich. Vorsicht, 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 Vorsicht. Muss sein, da ist er. Okay. Auch Glück gehabt. Da ich jetzt die zwei, geht's besser. Hier vorne ist noch einer. Schau. Können vielleicht vorsichtig an ihm vorbei. Garisto, 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 Garisto. Hier meinte ich das. Kupfer ist es. Ja. Komm auf, wir können uns weiterhelfen. Ich seh da noch mehr. Oh, eine Höhle. Ist da was drin? Ich schau gerade. Also es geht auf jeden Fall weiter tiefer nach unten. Aber nicht zu weit reingehen. Lass uns dann aber zusammen reingehen. Such. Ich baue hier erst mal das Kupferjärz ab. Gerade uns ein Weg weg. Dauert halt auch ein bisschen lange. Wir müssen schnellstmöglich gucken, dass wir uns bessere Werkzeuge und Ausrüstung machen. Ah, wuhu. Glück gehabt. Bist du runtergefallen? Ja. Oh, ein Level aufgestiegen. Ich schau gerade. Also ich kann dich beruhigen. Ist nix. Okay. Wir scheinen nur... ein paar... Edelsteine zu sein. Nimm mal welche mit für uns. Ich hab mein Buch hervorgeholt und... jetzt kann ich Attribute verteilen. Ich würd sagen, ich geh halt erst mal auf Stärke. Zweimal und einmal auf Kondition. Bei mir. Und Talent... hab ich speziell auf... Spezialisierung gemacht bei mir. Nachdem ich abends noch ein bisschen trainiert hab. Ich... seh auch nach dieser Station hinterher. Will halt noch nachts üben. Wo wir in Ruhe sind. So. Puh. Da unten war... wie gesagt. Und hier, das sind die Rubine. Mal gucken, für was... Rezepte, die gut sind. Das ist gut. Erstmal ein bisschen abkühlen, ja. Okay. Hier vorne... ist wirklich so ne kleine Ruine, oder was das sein soll. Oh, vor... Ja, schafft ne. Ich mach die Sache mal kaputt. Vielleicht ist da was. Ja. Kriegen Geld daraus. Ist hier unter was? Ich schau mal nach. Manchmal hast du hier irgendwas versteckt. Besonders in solchen Welten. Da ist irgend so ein... Was ist das denn? Für ein Stein? Glühender Sonnsteinblock. Okay. Geht aber nicht weiter runter. Ich schau mal, was das für ein Stein ist. Jungs, fangt. Wow. Was hast du gemacht? Ich wollte mit denen ein bisschen Football spielen. Pass auf. Geh weiter zurück. Jetzt hab... Ich hab ihn. Gut. Hast du Leben verloren? Weil hier schwebt ein Herz. Oh, wow, wow. Vorsichtig. Ja, pass auf. Hier ist so ein Worm noch gekommen. Wow. Er verschwindet. Er will abhauen. Der haut nicht ab, mein Freund. Du haust nicht ab. Okay. So ein komischer Wandmade. Gefährlich hier alles. Ja. Ich muss die Herzen einsammeln. Vorsicht, Mr. Pieps. Ich hab ein bisschen Schaden genommen. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Kupfer jetzt. War aber auch nur ein bisschen. Ist da was? Du hattest recht. Wir hätten noch weiter nach unten gehen können. Wo bist du hin? Ich hab grad an der Seite geguckt. Ach da. Ja, aber hier kannst du auch runterfallen, ne? Sag nicht, dass sind einfach nur fliegende Inseln. Inseln. Okay. Genau das. Das ist ja noch ein größeres Problem. Davon brauchen wir. Auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich glaub wir müssen die Nächte dann darum kümmern, dass wir was schaffen. Ja. Dass wir noch einiges aufbauen. Schau, hieß nach mir. Ich geh erstmal wieder nach draußen. Du schau mal nach draußen. Ich schau mich nur. Was in meine Taschen reinkriegst. Ich baue hier draußen noch das Kupfer erst ab. Wir können ja auch sonst mal gucken, ob wir gleich vielleicht mal noch die, das nächste Partei durchstreiten. Gerne. Wo wir dann da hinkommen. Ich hoffe mal irgendwann nach Hause. Ja. Hoffe ich auch. Ich hab jetzt noch 17 Steine hätt ich. Aus der Reise. Und ich glaub dann auch sehr, sehr gut weiter mit. Ich kann halt auch noch einige herstellen. Gib deine auf. Wir werden noch einen langen Weg vor uns haben. Ja, ich hab heute nur die Fragmente. Ich hab die noch nicht zusammengesetzt. Ich schau hier nochmal ein bisschen rum. Und ich pass auch auf mich auf. Egal. Egal was ist. Treffen uns da vorne wieder. Ja. Okay. Palmen sind nicht weit. Machen wir. Ich hab die Liebes, komm. Oh Mann. Diese Hitze hier. Bei dir müsste es ja kühl sein unter Erdrich oder bist du wieder nach oben gekommen? Nein, ich bin oben. Aber hast du gemerkt? Irgendwie können wir uns über Telepathie auch unterhalten. Die Welten sind echt komisch hier. Weil sonst würden wir uns ja jetzt nicht hören. Wunderlich. Ja. Wenn ich das so kenne, dann hätten wir uns schon längst nicht mehr gesehen. Gar nicht. Ne. Weil ich seh dich auf jeden Fall nicht oder du bist weiter weg. Ich gehe wieder in den Schatten und war ein bisschen. Ich baue die Kaktusse ab und da kommt Wasser raus. Wenn ist Wasser. Das ist gut. Ich würde aber mal sagen, wollen wir dann durchs Portal streiten? Hast du schon alles? Ich hab 38 Kupfer jetzt. Das sollte erstmal wahrscheinlich reichen. Gern noch schauen, ob wir noch vielleicht was finden. Vielleicht irgendwas anderes noch. Man weiß es nicht. Wir haben viel gesehen hier. Wir sind die Welten. Wir sind die nächsten Welten. Ja, das stimmt schon. Wir können uns nur vorbereiten. Wir müssen uns halt auch vorbereiten. Anders würden wir das noch nicht schaffen, hier. Böser Kerl da hinten wieder. Überall sind böse Kerle. Du haust nicht ab, mein Vater. Böse Trolle. Oh Gott. Diese Welt. Das ist so warm. Was ist los? Eine dieser Schildkröten. Ich konnte sie noch gerade abfinden. Ich hab dich gefunden. Hi. Oh, da bin ich wieder. Schreck mich nicht. Hi. Entschuldige. Ich wollte gerade hier noch ein bisschen am Rande der Welt gehen und schauen, ob wir... Dann komm ich mal mit. Oh, schau, schau, schau. Siehst du das da vorne? Was denn? Schau, da vorne links. Da ist ein Mieneingang, so wie es aussieht. Vorsicht, da sind Gegner. Passt auf. Okay, haben wir uns nicht gesehen. Da ist jemand. Da ist jemand. Da, ich sehe ihn. Ein Mensch. Ich spreche ihn mal an. Hallo, tapfer Ritter. Tief unter der Erde findet man... Tief unter der Erde findet man die meisten Ärzte. Sagt er noch was? Nee. Er wiederholt sich immer. Wie in so einer Dauerschleife. Vielleicht ist er hier auch gefangen. Es geht hier weiter. Da sind Skelette. Guck mal, siehst du? Hier wandern sogar Untote rum. Wir sind bereit, ja. Er ist weg. Vorsicht, lass noch... ...meere. Hier sind viele Gegner. Der ist auch weg. Wo nimmst du den? Der ist weg, okay. Hier ist ein Käfig. Ich baue den mal ab. Oh, ich habe ein Käfig. Käkkerkäfig habe ich gekriegt jetzt. Das ist schön. Können wir da... Oh, Vorsicht hinter dir. Da riss du hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, da. Danke. Gar nicht mitbekommen. Wenn man sich darauf konzentriert, hier alles mitzunehmen. Unbedingt. Ich kann die Gleise gar nicht abbauen. Ach doch, jetzt. Muss man die Blöcke komplett abbauen. Dann gibt es aber nur Holz. Siehst du? Wollen wir uns jetzt noch weiter runter wagen, oder wollen wir wirklich erstmal in einer anderen Welt? Ich würde gerne noch den Rest erkunden, der hier. Gegner. Ich bin tot. Ui. Ich sehe da unten was. Ich komme da ran und ruf. Man kommt hier so eine Seite auch runter. Hey, ich habe ihn noch nicht mehr getroffen. Hä? Du bist gut als Bogenschütze. Geschehen. Was haben wir hier? Oh. Oh, du hast ein Level erreicht. Ein Aufstieg erreicht. Es gibt sogar Geräusche. Ist auch was anderes bei uns, als wo wir vorher waren in der Welt. Auch ganz neu. Echt komisch hier. Ich habe ein Rezept für Bergarbeiterstiefel bekommen. Gut. Sehr gut. Ich lerne das Rezept mal. Sollte ich eigentlich können. Schabalalalalalalalalalalalala. Bergarbeiterrezept. Ich habe es gelernt. Sehr gut, Eindem. Sehr gut. Okay. Ich muss gerade meine Sachen reparieren. Erstmal. Ich komme gleich nach. Geh du schon mal vor. Problem. Wir sehen uns dann oben. Ich komme hier nicht so hoch. Ich bin hängen geblieben eben. Mach mal. Ich baue mir die Blöcke unter mir hoch. Das geht auch. Dann gehe ich so hoch. Und bin viel zu weit hoch. Gerade geschafft. Okay. So. Du müsstest hier auch jetzt hochkommen, ne? Vorsichtig. Vorsichtig. Alles klar. Dann lass uns hier raus aus der miesen Höhle. Ich nehme mal die Facke damit. Können wir wahrscheinlich für irgendwas noch gebrauchen. Du hast hier was vergessen. Hier sind noch Sachen zum Abbauen. Und Gegner. Ich schaffe den aber so. Ich helfe dir den auch gerne. Ja. Ist auch sehr nett von dir. War ich immer schon. Naja, manchmal aber nicht. Manchmal aber nicht. Aber immer gerne öfter. Ja, das stimmt schon. Ja, komm. Lass uns hier verschwinden und draußen ist es dunkel. Wir müssen aufpassen. Wenn bei uns in der Welt andere Gegner auftauchen, dann tauchen hier wahrscheinlich welche auf. Ja, tauchen hier auch welche auf. Ich sehe da schon oben ein. Ich hätte gern gewusst, was hier noch ist. Nee, lass uns erst mal zurück. Wir können ja jederzeit in diese Welt zurückkehren. Dieser Mann, der war anders. Anders, wie die Welt hier ist. Welcher Mann? In der Mine. Du hast jetzt aufgefangen. Das war aber kein Mann, das war ein Kind. Kinderarbeit in dieser Welt. Weiß es nicht. Warum? Vielleicht sind die einfach nur im Körper drin. Die Frage ist, wo ist das Portal? Ich habe auch gesehen, wir können über die Karte zurückkreisen. Habe ich doch auch schon gemacht. Auf die Plattform, wo wir doch landen. Da, wo wir mal ankommen. Ja. Weil sonst laufen irgendwie hier durch die Gegend die ganze Zeit und finden das Portal nicht. Ich würde sagen... Doch. Ich schaue mich um. Ich komme da gleich hin. Ich weiß, wo es ist. Okay. Ja, wenn du weißt, wo das ist, dann komme ich mit. Nur, ich hatte gerade noch vor, einmal den Rand zu erkunden. Ob wir irgendwas sehen können. Ja, aber das sieht halt nicht so aus. Das ist halt das Nichts. Einfach nur eine fliegende Insel. Und meine Freunde sind auch das Nichts. Vorsicht. Vorsicht. Okay, tot. Den haben wir auch gleich. Aber da ist der neue Gegner. Vorsicht, der neue, der neue Gegner, der neue Gegner. Und er haut ja ab. Nehmen wir den neuen Gegner. Wir kriegen den anderen wahrscheinlich gleich. Magische Kräfte. Ein zauberndes Flammenwesen. Müssen wir aber auch aufpassen. Da ist das Porto. Ja, wir sind doch schon zurück. Wenn meine Orientierung ab und zu gern mal schlecht ist. Finde ich wieder. Push und pull mal die Gegner her. Aber es reicht, wenn wir erstmal gegen einen kämpfen. Und nicht gegen zwei gleichzeitig. Freue ich das alles. Die Tasche ist schon voll. Ich habe noch ein bisschen Platz. Bereit? Ja. Er geht ja auch auf mich los. Ich habe ein neues Level erreicht. Wieder. Sehr gut, Vorsicht, die Chip. Ist tot. Die gehen alle gleich auf mich. Scheint eine sehr große Bedrohung für sie sein. Ja. Ich öffne mal eben mein Buch. Gerne noch. Ich mache das auch. Weiter forschen. Ich gehe weiter auf. Erstmal auf Stärke. Meine Ausdauer, die kann ich später noch erhöhen. Das ist nicht das Problem. Sehr viel nachts. So, setzt du dann die Steine jetzt? Bereit ist soweit. Ich bin bereit. Ich warte halt nur noch auf dich. Ich setze diese Fallstand ein. Es funktioniert. Ja. Perfekt. Portal aktiviert von Rakan der Flinke. Das bist ja du. Bereit? Das steht ja immer sogar. Warum kriegen wir eigentlich immer diese Nachrichten da oben? Wollen sie uns irgendwas sagen? Ja, wahrscheinlich. Wow, guck dich mal an. Unsere... Name. Es will in das Portal rein. Ja. Dann, bist du bereit? Kann das heißen, dass wir je näher wir an ein Portal kommen, je näher wir nach Hause kommen? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Okay, ich bin bereit. Dann lass uns gehen. Okay. Bereit, Karisto? Ja. Rakan bereit? Bereit. Einfach bereit. Finken fort. Finken fort. Okay. Finken fort. Finken fort. в